hallo liebe community familie und zuschauer wir sind wieder mal der wolfie und ich der gewinn und herzlich willkommen zu der vierten folge von so wie ihr seht sind wir hier gerade sehr gut dabei na komm wertfertig was denn mein essen da hinten hängt doch noch unser essen guck mal ja ja aber ich nenne ich habe aber fleisch gehabt was man nicht aufhängen kann das machen ist also okay weil ich ja gerade den vogel noch schnell getötet bekommen und wie lass uns mal ins bett gehen ist noch keine zeit ich war hier machen das heißt wir müssen irgendwann da können wir noch ein bisschen weitermachen wo wir ein großes lagerfeuer sind ein sehr große leuchtest standfeuer angemacht hier wo ich wollte es haben wir müssen es doch gut ausgeleuchtet in unseren und ich mag feuer 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 stein stein was da kann man dann noch ganz viele standfeuer und ganz viel wichtig machen wir jetzt auch wieder nicht wir brauchen auch noch platz für die anderen sachen ja so viel platz sind wir so wieder nicht ich bin wachbestände haben hey ich bin mir eine luxus villa hier schon bauen wenn ich hier schon gestrandet bin so man ich bin mal ein luxus villa schlitten weiter geht's wir sind hier fertig ich habe ein komisches geschrei gehört ja das bin ich also wenn du so schreist da würde ich mir schlitten machen ich brauche was zu essen Bumm. Sehr schön. Äh, 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 höh. Ach, hier liegen sie. Mhm. Äh, ach, schon wieder so'n Haucher. Äh. Wir sehen ihn gerade. Oh, jetzt will ich sogar. Na? Ladies and gentlemen, wie geht's? Ja, ach, du bist Stress. Okay, dann. Machen wir das doch glatt. So, Boots, 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 Boots. So, sonst noch was? Ach, jetzt haust du ab, weil du was. Weil du auf die Kuschel gekriegt hast. Wolfi, ich hab den Eindringling. Ja, hier sind viele. Ach, Junge. Ne, ist die zweite Runde, oder was? So, Boots, Boots hier, Junge. Gnadenstoß, bitteschön. Crow, würdest du bitte meine Kriegslöcher wegräumen? Danke. Ich will seine Lampe haben. Seine Lampe. Ja, guck dir das mal an, ich will die haben. Na, tschö. Der zerlegt schon wieder die Feinde. Äh, Wolfi. Ja, bitte. Mir ist der Kopf ins Wasser gerollt. Nicht dein Ernst. Doch. Sorry. Ja, wie gesagt, dann halt mit dem Topf abkochen. Zum Glück haben wir beide hier was im Topf. Das war echt blöd. Ich wollte eigentlich da, ich will sein Schildfragment haben. Oh, naja. Äh, dir ist kalt? Alles klar. Wolfi? Hm? Schlaf und Zeit. Ja, Moment. Upsala. Ja, auf. Gute Nacht. Nacht. Guten Morgen. Morgen. Erstmal ein bisschen was trinken. Was schönes. Ach ja, stimmt ja. Wolfi. 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 Ja, bitte. Wir hatten ein Schwein. Was für ein Schwein? Hä, was ist denn hier unten? Wat? Was haben wir denn gemacht? In Kaninchen ist es in Feuer gelaufen. Alles klar. Äh, Wolfi, wir hatten ein Schwein. Äh, ich hab den Kopf. Noch. Oh. Sehr gut. So, ich bin wieder fit. Weiter geht's. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. ja wo ich ja auch bitte nicht unseren verteidigungswahl kaputt nö so ich zieh gleich ne ich zieh gleich die mauer weiter na wenigstens ziehst du die mauer und nicht nur was anderes so dann machen wir mal verteidigung Achtung 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 weg hoppala oh der schwimmt ach so da ist noch einer zack und jetzt weiter geht's schlitten ist voll wir hätten uns auch ein hausboot bauen können zack 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 das ist doch wunderbar hier zack 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 Mensch, das ist aber schön, dass das immer so oft regnet. Ja, dann füllen sich schön unsere Schildkrötenpanzer, das ist sehr passend. Und bumm bumm, zack, so. Lalalala, ich fahre den ganzen Weg herum. Lalalala. Äh, Wolfi. Lalalala, ja. Lalalala. Hast du Besuch? Ja. Der ist gerade. Na ja, ich brauch mal weiter. Alter! War cool oder was? Was? Kapitän. Boots. Äh, Wolfi, Problem gelöst. Sehr gut. Zwei schöne Headshots. Wunderbar. Jawohl. So. es ist alles gezogen fall um alles gezogen es regnet es regnet die erde nur so 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 wir sind doch echt meistens was heißt meisten wir sind doch öfters mal kindisch wollen wir uns dann noch ein baum ausbauen kann man deswegen sind sie auch als es wird hier langsam auch jetzt die hier das video nach hinein gucken ich habe eine keule von dem typen so 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 das tor ist auch fertig okay jo oh oh so 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 sieht ja schon gemütlich aus so 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 gut 129 Stämme brauchen wir noch hier wird alles abgeholzt ab und zu sind die tiere echt blöd gut für uns ja ich brenne auch ich brenne ich brenne ich brenne ich erinnere nur noch mal an das flammierte bambi ja ich habe gerade ein bisschen gebrannt Wolfi aber nur ein bisschen das von mir hat mich angesteckt so lange du mich nicht mit ansteckst das war doch weise noch ein zweites ding zu bauen Wolfi ja klar so ich muss mal gerade gucken Fleisch habe ich dabei das habe ich dabei top Stöcke was bist du denn ich habe einen Speer ich muss mal wir wollen weiter ich weiß nicht ich weiß nicht was ich dir wie es ist Hi. Scheiße, ich heule. Ordnungsstelle. Oh, das war so gut. Wie das gerade aussah, ich piecke dir so in den Arschbanken. Ich weiß ja nicht mehr, woher ich den Speer habe. Klar, vielleicht hat einer ihn mitgehabt. Dann hast du ihn aufgehoben. Wir sehen ja auch gerne aus wie Stöcke über den da rumliegen. Ja, da ist wieder einer bei uns. Ja, ich sehe ihn. Da war gerade auch einer bei meinem Schlitten. Alter, wie... Da will man in Ruhe mal seinen Verteidigungswahl fertig machen, aber nee, darf man nicht. Oh. Oh. Die schließen euch aus. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. ... ... ... ... ... ... ... ich habe mal kurz die nachbarn wieder mal hallo gesagt sehr gut ah ich habe es immer noch Sehr schön. Wird ja dann lustig, wenn wir die nächsten Folgen dann, wenn wir damit fertig sind, dann gucken wir mal, was wir noch so alles dringend brauchen, ne? Und dann, wenn wir gemeinsam auf Verkundungsmissionen gehen. Genau. Und jetzt mal ein bisschen umschauen hier. Ja, aber die ersten... Also, ich denke mal ein paar Folgen noch und dann sind wir fast mit dem Bauen... Also mit dem Verteidigungsfall sicher. Fertig, weil der den braucht irgendwie echt dringend. Oder Wulfi? Ist schon mal gut einzuhaben. Ja. Wulfi! Wir haben 100... Unter 100. Warum stellen wir noch? Geht hier voran. Ganz gut sogar. War hier noch irgendwo ein Lauch? Nö. Ah, gleich müssen wir die Folge wieder bänden und dann macht man wieder mal eine kleine Aufnahmepause. Na komm. So. Oh. Oh, da. Oh. No. Oh. 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 sehr schön ok Wolf hier regnet sehr viel ja 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 so ich habe jetzt mal wieder bisschen feuer gemacht ich muss mal kurz was gucken geistige gesundheit liegt bei mir 99 prozent hat er seinen status gecheckt na gut liebe leute das war es auch von der von dieser folge von der frau ist heute ich habe 100 prozent ja mein zustand kann sich immer noch bessern das weißt du doch und wie viel wächst du krone warte mach mal jetzt hier schwanz vergleiche bei ich gewicht 205 lbs lbs ja habe ich auch ich bin habe aber auf 205 wie stärke 22,0 23,5 ja ja alle 21,2 habe ich auch so ja liebe leute kurz mal schwanz vergleich in the forest das war's das war's auch dann von dieser folge ich wünsche euch noch einen schönen tag schönen abend und dann würden wir wieder sagen danke fürs zusehen zock gut ciao bis zum nächsten mal der wolfie und ich der gemma die großen raus raus kurz und schmerzlos leute links auf der säule die letzte folge des projekts rechts auf der säule ein anderes projekt schaut da mal rein und was eric in den schnabelt ist mein kanal lasst mir was da und shelly kommt da auch schon angeflogen mit ein kanal den ich euch ganz herzlich will schaut da mal rein in dem sinne zock gut ciao bis zum nächsten mal